Und da sagen wir manchmal zueinander, hat es überhaupt Zweck gehabt. Und trotzdem bin ich optimistisch. Ja, doch. Wir haben ein Ziel, das, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, unsere Vergangenheit darf nicht die Zukunft der Jugend sein werden. Wir sind doch die Zeitzeugen. Wir können doch sagen, was es wirklich bedeutet, was ein Mensch zu einem anderen Menschen machen kann.